Guten Tag, wir erzahlen euch die Geschichte von Rot-Caption. Eines kleines Mädchen wohnt im Wald mit ihrer Mutter. Sie trägt immer ein rotes Caption. Hier ist ein rotes Caption. Oh, danke, Mutti. Sie will, ihr Großmutter, die Wald wohnt, besuchen. Ihr Mutter gibt ihr einen schönen Kohl mit Obst für ihr Großmutter. Danke, Mutti. Ist das Obst nicht. Tschüss, meine Kleine. Woher sich vor den Tieren im Wald. Tschüss, Mutti. Bein, weg, dort den Wald trifft Rot-Caption wie le Tieren. Guten Tag, kleines Mädchen. Wo ist ein guten Tag? Ich bin ein kleiner Maus. Ich wohne im Wald. Ich mag Käse. Guten Tag. Wo ist ein guten Tag? Geh, ich bin ein Bear. Hab kein Angst. Ich mag Honig. Guten Tag. Wo ist ein guten Tag? Wir sind Vogel. Wir singen hier. Schip, schip. Guten Tag. Wo ist ein guten Tag? Ich bin ein Wolf. Ich fresse keine Mädchen. Es gibt so viele Tiere im Wald. Das Rot-Caption nicht mehr an den Wolf denkt. Sie geht wieder und dann haut sie an ihr Bus und fügt Blumen vor ihr Großmutter. Die Blumen sind sehr schön. Die Großmutter mag blühen. Der Wolf hat eine Idee. Plötzlich verschwindet er und lauft sehr schnell durch den Wald zum Haus der Großmutter, bevor das Rot-Caption ankommt. Die Großmutter ist im Bett. Der Wolf klopft an die Tour. Wer ist da? Es ist Rot-Caption. Komm hier in meine Kleine. Der Wolf spürt die Großmutter in den Schrank und legt sie ins Bett. Er hört auf Rot-Caption, sodass er sie fressen kann. O das arme Mädchen, o die arme Großmutter, Rot-Caption findet die Tour auf und geht einen Hohm zum Klob. Sie zählt ihr Korm auf den Tisch. Als ihr Großmutter im Bett legt sie ins Bett. Geht sie hier. Ihr die Großmutter zählt so an der Staus. Großmutter, was hast du für große Augen? Damit, ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für marmer Orin? Damit, ich dich besser Hohen kann. Großmutter, was hast du für große Zähne? Damit, ich dich besser Fressen kann. Der Wolf klopft aus den Bett und laut sie wrote caption. Hilfe, Hilfe, rettet mich. In bald ist er die Jäger, erhört die Schrenz um von Rot-Caption und laut schnell zu ihr Broom-Zi-Wetten. Hilfe, Hilfe, rettet mich. Hilfe, Hilfe, rettet mich. Ich kann mich nicht mehr. Oh, und dann, das ist mir wieder. Schnellpag, mit einem Schuss, die Gewitterstörtet den Wolf. Vielen Dank, mein Herr. Wer ist dein Großmutter? Hier, ich bin ein Einstron. Vielen Dank, Herr Jaeger. Alles, including die Großmutter der Jaeger, die Mutter, die Maus, der Bear, die Vogel und der Häuser. Der Wolf aber ist nicht froh. Wer reken lohnt sich nicht. Das Ende. Vielen Dank. Musik Musik Vielen Dank.